Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit den Ausgestoßenen, mit dem Wodan, mit dem Jack Fleischer Mann natürlich, der gerade Pfeile kriegt. Da steht einer unten, da steht einer und der schießt. Da sitzt noch einer, hier sind noch mehrere. Der hat einen Ambus, geil. Sieh, er. Huuu, der kriegt eine Art hier. Alter. Quatsch. Oh, der hat mich erwischt. Das ist nochmal eine Folge. Hat der mich erwischt. Abstand. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Casper. Der Hammer ist wirklich. Boah, lebt der noch? Nee, jetzt nicht mehr. Der lebt nicht. Boah, ich bin hart hungrig. Der Eisenhammer, den er hatte, der ist ja mal brutal. Wow, was er für Sachen bei hatte. Wow. Der hat Pfeile hier, Jacky. Ich nehme mal die Pfeile. Ach, das ist Minjas. Wow. Wow. Weil der Pfeile... Was ist der dabei? Soll ich jetzt meinen Schlafsack akkualisieren, sicherheitshalber hier auf einen? Nee, einer ist ja... Einer ist jetzt meiner, ne? Aber Wodan stirbt nie. Deiner war der in der Mitte. Echt jetzt? Du hast jetzt Wodan seinen... Nein, ich glaube nicht, dass ich ihm den Spawnpunkt abnehme, sondern wir spawnen beide an dem... Migi, pass auf. Oha, fuck, was ist das denn? Kackviech, warum? Ich habe dir doch gar nichts getan. Oh, tut ihm leid. Oh. Au. Was das für Geräusche macht, ey. Zack. Blöder Vogel. Nee, ich glaube nicht, dass ich ihm da durch den Spawn abnehme, sondern... Na, Spawn, Vorsicht. Ähm, wo? Wenn Wodan stirbt, resettet der genauso wie ich, weißt du, nur im Gleichen. Na gut, wie du meinst. Wenn nicht, muss ich Wodan dann ausgeben. Ich habe ziemlich... Jetzt ist ja nur Fleischhammer gefällt. Ich habe ziemlich Hunger. Ziemlich Hunger. Hier ist so ein Stachelfieh. Wie komme ich da runter zu euch? Ich verhunger gleich. Ah, das war in die Richtung. Lagerfeuer. Oh nein. Nashorn. Hattet ihr euch noch mal was zu essen bei? Oh, er greift das Nashorn an. Krass. Hattet ihr euch noch was zu essen bei? Schade. Können wir schnell ein Lagerfeuer machen? Ja, da steht doch ein Lagerfeuer. Da kann man da nicht ran. Nee, das kann man da nicht ran. Können wir gleich schreiten machen. Ja, Fleisch habe ich. Sonst muss ich roh essen. Geht auch. Ich habe noch... Nee, halt nicht mehr. Hm, Menschenfleisch. So, Hunger. Brauche ich denn? Bei mir wird oft los. 50 Äste und 30... Also, wir müssen ein hartes, ganzes Innere jetzt. Ja, zum nächsten Fluss. Wäre cool. Ich esse jetzt Rohfleisch und... Hauptsache, ich habe ein bisschen was. Wollen wir dich ein Feuerschell machen? Ein Alpha. Ja, ich wünsche noch... Ja, wir machen. Guck mal, hinter dir ein Alpha. Na, super. Ja, aber... Halt es so dick. So scheunt auf zwei Meter. Ja, das ist gar nicht oder was. Ach. Nein, nein. Oh, danke. Was denn? Ja, egal. Ich meine, Mutti kommt von hinten. Das ist die Mutti, die ist ja schon Grandma. Ich bin tot. Ach, wegen Lebensmittelvergiftung. Nee, ja, Lebensmittelvergiftung. Echt? Ich bin gradisch, du mal umkippst. Ich habe vier. Bin gespannt, ob Minias mir meinen Spawnpump weggenommen hat. Nee. Oh, Minias! Wow! Sag doch was! Nee, hat er nicht. Cool. Großes Vieh voraus. Ich mache jetzt mal einen neuen Schlafsack hier. Ja, ich auch. Das Problem sind echt Äste hier. Ich habe Zwirn und Ästleik in meinem... Problem ist, dass ein scheiß Lagerfeuer so teuer ist. Oh, nee, die sind hier wieder da und kloppen hier. Oh, nein. Ich bringe Leute mit. Okay, komm. Jetzt bin ich überladen. Ist nicht euer Ernst, ich bin überladen. Wo bist du, Jackie? Ich komme, komme, komme. Jetzt auf der Steinbrücke. Oh, drei Mann folgen mir. Na, das wird ja ein Spaß. Wollen wir entgegen? Ach, hier sieht das geil aus, ey. Achtung, hier unter den Felsen, dann müssen die... Schau mal, Fie, hinter dir. Oh, fuck. Du Scheiße. Alter. Oh, nein. Ich muss einen Schlafsack setzen, bevor ich... Oh, nein, nein. Ich muss einen Schlafsack setzen, bevor ich... Okay, ich habe einen Schlafsack gesetzt. Na, komm, mein Freund. Was ist denn das hier? Okay. Der hat einen Hammer, der ist nicht gut. Time to... Oh Gott, ich bin fast kaputt. Wer ist das? Gott sei Dank habe ich jetzt keinen Hunger mehr. Ich sehe nichts. Okay, er ist tot. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Oh. Puh, 15 Eisen. Bei, ich komm. Okay. I'm carrying too much. Wo bin ich? Ach, wo muss ich jetzt nochmal lang? Oh. Immer rum. Denn an dem Lager... Ja, ich muss das komische Schiff da links lassen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm zu euch heran. Knapp an Lager. Soll ich mal... Soll ich mal vier Schlafsäcke hier machen? Ich habe einen gesetzt. Ach, da hinten, ich sehe dich, okay. Okay. Wo dann? Aber wir sind da relativ von der Ecke, also. Naja. Ich habe da gerade jemanden über den Berg laufen sehen. Ich hoffe, das war einer von uns. Mit fetten Hammer? Hat jemand einen Hammer von euch? Nein, das sind der andere. Ich kann mich immer noch nicht bewegen, verdammt. Okay. Ich habe übrigens einen Steinmaskenkopf. Kann ich den aufziehen? Nee, geht nicht. Das sind Trophäen, die kannst du irgendwann an... anbringen. Anbringen? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Was ist denn hier los in diesem Spiel? Wo dann? Ich droppe mal den... ...Klafsack. Hättest du noch setzen können? Hier, ne? Seid ihr freundlich? Ja, stimmt. Ah, hier mit den Leichen überall. Ja, gut. Boah, das gibt es ja wohl nicht. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Booyah. Soll ich ein Lagerfeuer machen? Ähm, macht vielleicht Sinn, ja. Das ist wenigstens... Scheiße, 50 Äste. Wo soll man denn hier 50 Äste finden? Ich habe 20 noch. Gitte 52. Ich habe noch ein paar. Okay, trinken ist voll. Menschenfleisch weg. Verdorbenes Fleisch weg. Ich habe 44 Eisen. Reicht das nicht erstmal? Können wir wieder nach Hause gehen? Ich habe 72. Jetzt wird es auch noch dunkel. Die Frage ist halt, gibt es das wirklich hier, das Eisen? Wir sind also ein nördlicher Kriegner. Oder sind einfach nur in den, sind einfach nur in den, in den, ähm, obwohl doch, wir können doch nördlicher gehen, ne? In den Felsen mehr, ne, ich glaube nicht, dass nördlicher ist, aber wir müssen mehr ins Land das Innere. Sind nicht einfach nur in den Felsen mehr Eisenanteile, weißt du? Ne, ne, es gibt richtige Eisenvorkommen, hundertprozentig. So, ich habe kein, ich kann Holz reinlegen, aber ich habe kein Fleisch. In das Fortefeuer. Ich habe Wildfleisch, ein bisschen. Eins, interagierbar sein. Neun. Wollen wir mal die Schlafsäcke von denen kaputt machen? Kann ich mich hier, kann ich mich hier irgendwo, kann ich mich hier irgendwo aktualisieren? Bei den Schlafsäcken? Wobei, hier ist doch gar niemand in der Nähe von denen. Ich habe ja einen. Die spawnen wieder. Ja, wir sind doch kein, wo seht ihr denn Schlafsäcke? Ne, das fragte ich ja gerade. Du stehst drauf. Und denen? Das sind unsere, das sind unsere. Ne, dann ist gut. Was kann man jetzt hier essen? Wildfleisch, Wildfleisch. Ja, ich muss auch noch ein bisschen nachhaben. Irgendwas essen? Vor allem schon. Noch nicht. Also ich meine, dass wir zu weit nördlich sind. Wir sind weit zu weit am Rand. Ja, 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 ja. Wir gehen jetzt wieder in Richtung Fluss. Warten jetzt erstmal eine Minute. Aber wir dürfen halt nicht an diese Festung da kommen. Dafür sind wir einfach zu schwach. Südwestlich. Südwestlich gehen wir. Oder wir machen hier eine kleine Base. Einfach nur Zwischendingen. Südwestlich gehen wir. In die Richtung, wo die Basis von den Typen. Da, wo der große Felsen hier rüber ragt. Richtung, da hinten ist so ein Fahnenmast. So will ich machen. Oder heute? Okay. Irgendwie bret da gar nichts. Das verdirbt nur, was da drin liegt. Das dauert irgendwie extrem lange, ne? Ja, komisch. So. Komm, wir ziehen weiter, bevor wir alle verdursten, oder? Boah, die ist mal schnell gefallen. Ey, mit der Keule kriegt er die Viecher schnell platt. Ja, die macht Damage. Die ist gut. Gewicht 60. Damage. Ziehen wir weiter. Sollen wir das Fleisch dann mitnehmen, oder sollen wir es hier drin lassen? Ja, das brät ja nicht. Irgendwas stimmt ja nicht. Jetzt kann ich auch rausschmeißen. Ich nehme mal zwei mit hier. Okay, wo lang? Ja, eigentlich nicht wo die Zelte sind. Das hier wäre die richtige Richtung. Ja. Na dann? Äh, kurz Schwert reparieren. So, jetzt. Oh. Backe kaputt. Oh Gott. Boah, sind schon wieder welche. Ja, das ist... Können wir nicht so ein bisschen links und da vorbei? So viehig. Na gut. Lieber Vieh als... Lieber Vieh erstmal, ja. Solange wir nicht das ganze Schiff da mitnehmen, Habe. Vieh kommt. Oh Gott. Keine Panik. Nice. Liegt schon. Okay, weiter, weiter, weiter Richtung Schiff. So viel Schwefel. Wir müssen halt irgendwie ins Tal. Ich glaube, wir sind zu weit oberhalb. Den ersten Eisenklumpen, den wir sehen, der lassen uns nieder. Oh, da hörst du Geräusche raus. Ja, ja. Boah. Cool. Ganzen Faser erforderlich. Schade, ja. Muss er eben kurz Halt machen. Der Sound ist gut. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, oder? Schwerter geschmiert. Hier ist eine Brücke, da ist aber Nashorn. Na gut, wenn nicht, müssen wir Nashorn holen. Ja, kommt hier, hier ist eine Brücke. Hier geht es auch rüber, wo ich bin. Na gut. Ich bin Richtung Vinyals hier. Oh, hier ist so ein Vieh, hier so ein... Ja. Oh Gott, oh Gott. Wir haben zwei von den Viechern. So. Tatsache. Aufteilen. Und Vogel macht auch noch mit. Keine Auswahl. Keine Auswahl. Wir haben mich eben platt gemacht. Wir hauen uns hier gegenseitig kaputt. Ja. Liegt. Noch ein Vogel. Ich bin hier im Boden. Sieht aber ein bisschen psycho aus. Oh nein. Hier fliegt... Das ist Treibsand hier. Ja, das... Kann das sein? Ja. Oh Gott. Alle am Leben noch? Ja. Ja, also halb. Wir werden kurz Ausdauer holen, falls was kommt. Nashorn direkt neben uns. Nicht weiter in die Richtung. Achtung, Nashorn. Hier runter müsste der Fluss sein eigentlich links. Boah, das hat uns nicht gesehen. Gott sei Dank sind Nashörner nachts blind. Können wir nicht hier reinspringen ins Wasser? Würde ich nicht tun. Das Nashorn verfolgt uns. Ja, aber interessant. Das sieht also aus wie Eisen da unten. Mhm. Er könnte mich natürlich irren, aber... Auf ne groben Klippe steht ein großes graues Vieh. Guckt mir böse... Oh, Nashorn. Das Ding hat sich nicht gut. Mach's weg. Mach's weg. Das Ding hat sich gut. Das Ding hat sich gut. Oh, jetzt ist er wahnsinnig. Ja, Hilfe. Den müssen wir übernehmen. Der lebt nicht lang, der lebt nicht lang. Nee, aber... Perfekt. Der hat aber gut Aua gemacht. Screenshot, Screenshot. Nashorn Kopf. Hast du? Ja. Okay, komm. Cool. Hier nehm ich mit. Exotische Fleisch. Ah, es wird hell. Knochen, irgendetwas. Drop that shit. Wir müssen an den Fluss kommen. Krokodil, hier oben. In der Wüste. Vorsicht. Krokodil von links, Minjas. Oh, fuck. Ja. Ich hab so viel Scheiß. Da drüben sind komische Steine. Wir haben Eisen. Oh, das hat mich weggeschnickt. Wir haben Eisen. Okay, dann müssen wir nur noch einen Weg finden, wenn wir Wasser finden. Warte mal, hier, das sieht aus wie... Ja, Spinne, Eisen. Ich glaub... Wo? Ich klopf mal an. Hier auf der anderen Seite. Willst du da rüberkommen? Ja, hier ist eine kleine Brücke. Ah ja, da ist eine Brücke, alles klar. Ah ja. So, test mal. Da ist eine Höhle, oder so? Ja, ist Eisen. Hier ist 100%ig in der Höhle. Okay, das Eisen. Super. Dann wissen wir schon mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen am besten runter Richtung Wasser, oder? Wie sieht das denn hier unten aus? Können wir hier noch weitergehen? Da kommt ein bisschen Spinne noch. Weil hier jetzt haben wir kein Holz, um zum Beispiel was zu bauen. Das heißt... Nee, hier ist gar nichts, ne? Ja, ich glaub, wir müssen wahrscheinlich irgendwo bauen, wo Holz ist, damit wir... Und dann immer zum Eisen laufen halt, ne? So wird's laufen. Dann lassen wir ja nichts durchlaufen, oder? Mal gucken, wie's hier aussieht. Das wird eine Höhle sein. Ach shit, hier geht's... Da unten in Palmen. Ich würd sagen, wir stützen uns ins Wasser. Ist das tief genug? Nee, bestimmt nicht. Aber wie kommen wir denn wieder hoch? Wer kann mir einen Schlafsack machen? Ich mach den Test. Aber vielleicht ist hier ja auch... Kann ich nicht. Vielleicht ist da Eisen unten. Vielleicht ist das... Muss ja nicht heißen, dass es nur hier oben liegt. Ja, stimmt. Pass auf. Bauen wir einen einen Schlafsack. Kann nicht. Ich hab nur zwirren, wenn ich ihn da brauche. Warte, warte. Ich hab nicht genug Äste, außer jemand hat von euch... Ah, hier ist noch. Hier ist noch was. Zwirren hab ich. Zwirren, komm, ich geb dir. Hier ist alles. Das ist in der Höhle, oder? Das ist in der Höhle. Ey, lass mal gucken. Vielleicht geht's ja da runter. Seht ihr, wo wir reingegangen sind? Die anderen beiden? Das sieht ganz fantastisch aus sogar. Oh, die Sorge. Oh, guck doch mal, wie die Sorge sind jetzt. Oh, was wunderschön. Ich muss grad nun mal als Set steuern. Die beiden wunderhübschen. Steuerung. Wow. Alles klar. Guck mal nach rechts. Oh, guck mal nach rechts. Ja. Ja, das ist doch geil. Teil der Stadt. Okay. Müssen wir nur irgendwie noch... Oh, hier alles Eisen. Guck mal, hier haben wir überall Eisen. Überall Eisen hier. Oh, Oase. Oase da unten. Perfekt. Perfekt. Und Rhinoceros. Ja, gut, dann komm erstmal hier runter. Aber hier ist Eisen. Das ist super. Ja, das ist doch super. Dann bauen wir uns hier unsere Basis auf. Hier ist auch eine schön geschützte Stelle, oder nicht? Ja, ganz fantastisch. Das ist die Oase der Gäste. Wasser am Wasser. Eine badende Hyäne. Weg, 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 weg. Stirb. Kommt noch eine. Aua. Keine Ahnung, Sauer. Fleisch haben wir auch gleich. Super. Aua. Ja, wenn's da mal bret, ne? Entschuldigung. Hab gerade rausgefunden, dass es schnell schien. Dann... Hier kann man sich auch schön hochbauen. Das ist ziemlich geil. Grundlagen. Grundlagen für eine Basis. Oh, wir haben eine Oase gefunden, Jungs. Geil. Nice. Gut. Ich baue eine Kiste. Ich baue Kisten, ja? Kisten, ich guck mal. Kein Stein, nix. Jetzt aber hier looten, ist eure Ressourcenfamilie. Steine gibt's hier links, ja. Durstig. Ich baue uns hier Kisten. Wir haben direkt einen Fluss. Das ist alles cool. Guck mal, hier unten ist Eisen. Ganz viel. Gut. Hier, in diesem Tal. Fluss ist umso wahr. Ist das schön, ey. Ich fühle mich, dass es... Es war ein bisschen schattig hier, aber alles gut. Also erstmal Kisten, dann kann ich mich hier ausleeren. Wir können ja auch kurz um die Ecke gucken, weißt du, bevor wir jetzt hier anfangen zu bauen. Ich guck mal hier runter. Ja, wieso? Lass uns doch hierbleiben, Mann. Hierbleiben und doch noch Röder bauen. Wir können hier schön Treppen nach oben machen. Ja, genau. Alle so eine Sachen. Freut mich gut. Die wird gut. Die wird gut, die Basis. Wir haben direkt Wasser. Der ist vorbeifliegt. Schlachtet doch die Tiere. Wo nackte Jungfrauen baden. Und wenn ihr es durchdreht. So, sag mal, wo wir die Kisten abstellen jetzt vorübergehend am Wasser. Ich mach schon mal Fundamente. Sollen wir... Dann setze ich sie hier ans Wasser. Ja, genau. Ans Wasser? Ich brauche mehr Zwirn. Ich habe nicht genügend Zwirn. Zack, warte mal, sieben. So auf Fundament. Baumfeld. Achtung, da, Fundament. Okay, startest du dir die Kiste drauf? Gut. Oder wie? Mhm. Okay. Oh, wie schön, wir können nicht starten. Sehr gut, ja. You're carrying too much. Cannot move anymore. 12, 12. What the fuck are you talking to me? Ach, klar, was war das? Okay, Kiste... Ähm... Steht... Äh... Jetzt. Äh, jetzt. Äh... Jetzt? Jetzt? Ich kann sie nicht platzieren. Okay. Nee, ich krieg sie nicht gesetzt. Mit links, oder? Ist doch... Ja, ja. Vielleicht musst du... Ach, nee. Überlage mit einem anderen Objekt. Woll mal, ich stelle jetzt mal hier an die Seite. Okay. Hä, ich kann die nicht setzen hier. Ich kann keine... Doch, jetzt. Okay, ich setze sie jetzt hier oben hin an den... Ja, doch. Na gut. Ist irgendwie doof. Wo soll ich sie hinsetzen? Ich kann sie hier nicht platzieren. Hier drauf kannst du nicht platzieren. Nee, ich klick links, klick und es will nicht. Ich droppe mal die Kiste. Ja. Ähm... Na. Kann mal gerne jemand anders... Versuchen wir, Jackie. Ja. Jetzt habe ich die Kiste permanent im Bild. Ja, geht. Geht. Okay. Aha. Ich will nur meinen scheiß kurz... Nashornkopf... Ich pack das Eisen rein. Ja, ist drin. Was so schwer ist, weil ich muss Holz holen. Äh, Stein holen. Entschuldigung. Ich will jetzt auch mal Stein. Ich habe die ganze Zeit die Kiste eingeblendet. Das hatten wir schon mal den Fehler, oder? Ähm... Ich glaube, ja. Ich kann nicht... Ich kann es nicht setzen. Der sagt ungültige Gebäudeplatzierung, weil ich die Kiste ständig in der Fresse habe. Na gut, dann machen wir halt... Kann ich was einsammeln? Ah, ich kann looten. Ähm, dann hol ich mal hier auch noch ein bisschen mit Holz. Ich hole mein Holz. Jetzt wollen wir mal roden jetzt hier. So. Ich kann leider nicht roden. Au. Au. Aua. Nimm mir die Kiste aus dem Gesicht. Wieso sind hier 16 Schwefel und... Ach, Herrgott. Die Kiste ist schon voll. Kannst du noch eine zweite machen? Vielleicht? Äh, wir... Ich brauche 100 Holz. Wenn wir... Ja. Ich mache eine zweite. Was ist das? Ich habe hier 100 Holz. 100 Holz habe ich. Super. Tu ein Stein. Oh. Das ist die blaue Lagune hier. Ihr denkt aber dran, wir können... Das ist ein Teilhammer. Wir können hier mit dem... Wir müssen ins Wasser reinbauen, ne? Weil die Foundation sind so flach gebaut. Die können wir in der Mitte so ein Wasserloch lassen. Jo. Na ja, da muss man gucken. Hier links wirst du zum Beispiel keine Foundation hinkriegen, wo ich jetzt stehe. Die Kiste kommt. Weg einfach daneben erstmal. Ja. Pink. Mach mal die andere Kiste zu. Was ist denn los? Nein, nicht, dass es bei mir jetzt auch so ist. Sauer keine Sätze, gell? Jetzt nicht mehr. Aber er sagt, kein Fehler. Ja, er sagt, wenn du woanders hinbauen willst. Na, das ist ja nicht zu fassen. Doch, jetzt. Na ja, gut. Okay. Es ist nicht... Es ist nicht... Es ist nicht... Leder. Boah. Hat schon viel freigeschalten. Meine Fresse. Ja, ja. Ich hatte irgendwie 17 Punkte. So. Gerade. Ganz fantastisch. Ich würde sagen, Herr Kaiser, wir machen jetzt erstmal Schluss, damit ich diese Kiste aus der Fresse kriege. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann würden wir sagen, in der nächsten Folge geht es weiter hier an unserer schönen kleinen Oase und wir verabschieden uns. Viel Spaß beim Selberzocken. Jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe gerade zum Bauen. Endlich. Da freue ich mich drauf. Das wird schön. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.